So Leute, im heutigen Video werden wir uns über die nächste große Bewegung unterhalten, die ich für Bitcoin erwarte. Wir werden uns über den Grund unterhalten, warum wir bei Bitcoin gestern einen Drop gehabt haben. Ist das etwas, weshalb ihr euch Sorgen machen solltet? Wir werden uns über Ethereum unterhalten, denn auch hier passiert gerade eine Riesensache und natürlich auch über Altcoins ganz allgemein, denn auch hier passieren interessante Sachen. Dann sprechen wir über alle meine Trades, das was ich persönlich damit mache und ich werde noch einige eurer Fragen beantworten, die mich in letzter Zeit immer wieder erreicht haben. Haben wir das Potenzial, ein paar mögliche Drawdowns für Bitcoin zu sehen? Selbstverständlich. Wir wissen, Bitcoin wird immer wieder Pullbacks haben und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal einige der wahrscheinlichsten Szenarien für einen Pullback an. Außerdem will ich euch auch noch einmal versichern, warum ich so super bullish auf Bitcoin bin, auf Altcoins und zwar in den nächsten paar Monaten und sogar in den nächsten paar Jahren. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie ihr Geld machen könnt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Was wir gestern gesehen haben war, also es gab ein Pullback, ein relativ anständiger Pullback. Wir sind ungefähr 5% nach unten gefallen innerhalb weniger Minuten von 43.400 Dollar bis auf 41.410 Dollar. Der Grund dafür waren einige, also ja, wir hatten bei der Ledger Wallet ein paar Hacks. Also nicht bei der Ledger Wallet selber, aber die Art und Weise, wie das passiert ist, war, es gab eine Bibliothek, also eine Library, die von vielen verschiedenen DApps benutzt wurde. Ich glaube von Uniswap, SushiSwap, viele andere DApps haben die auch benutzt. Und genau diese Library, die Ledger entwickelt hat, die wurde kompromittiert. Das heißt, die Hacker haben einen Drainer zu genau dieser Library hinzugefügt, dass jede Anwendung, die diese Library benutzt hat, die von Ledger entwickelt wurde, nochmal, das hat nichts mit der Hardware Wallet selber zu tun, aber alle Anwendungen, die diese Library benutzt haben, die hatten halt dann diesen Drainer und das hat dann bedeutet, dass jeder, der diese Software benutzt hat, dem wurde dann das Geld aus der Wallet abgezogen oder es konnte zumindest dazu führen, dass das passiert. Das hat eine ganze Menge Fad hervorgerufen, das hat halt dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, oh mein Gott, die Cold Wallet wurde gehackt, die Ledger Wallet wurde gehackt und ja, dann sind wir nach unten gegangen. Aber schaut mal, obwohl wir nach unten gegangen sind, ziemlich, ziemlich stark, hat die Orangenen der Box den Bitcoin-Preis oben gehalten. Wir sind also kurz heruntergedippt, haben allerdings keinen Klaus heruntergesehen. Das ist also auch schon mal eine richtig gute Sache. Das zeigt einfach wieder einmal mehr, wie wichtig diese rote Linie ist. Seitdem haben wir einen Pump und ja, jetzt gehen wir langsam aber sicher wieder nach unten. Glaube ich, dass, wenn wir nochmal zur roten Linie kommen, dass die halten wird. Ja, allgemein glaube ich, dass diese rote Linie den Bitcoin-Kurs weiter oben halten wird. Denn, wenn wir uns mal die traditionellen Märkte anschauen, kann man sehen, die traditionellen Märkte hatten gestern auch einen Pullback. Aber, schaut mal, wir befinden uns jetzt langsam aber sicher wieder in der Aufwärtsbewegung. Die traditionellen Märkte entwickeln sich also in diesem Moment eigentlich richtig, richtig, richtig gut. Das ist super vielversprechend für Bitcoin und Krypto ganz allgemein. Viele Leute haben in letzter Zeit Bitcoin verkauft. Zum Beispiel Institutionen haben Bitcoin verkauft. Einige Retail-Trader haben Bitcoin verkauft. Einfach nur, weil wir so viele Gains gehabt haben. Ich glaube allerdings, dass, also natürlich, man muss sich auf Volatilität vorbereiten. Aber jetzt in dieser Phase des Marktes, ich persönlich, ich habe mich von dem Versuch verabschiedet, den absoluten Top zu finden oder den Boden. Wir haben bereits bei 16.000 Dollar angefangen zu kaufen. Jetzt sind wir in einer Marktphase angelangt, wo ich einfach nur halten werde. Ich halte für den gesamten Bullrun. Wenn wir jetzt Pullbacks sehen, was natürlich vorkommen wird, dann sind das meiner Meinung nach Kaufgelegenheiten. Aber abgesehen davon, geht in gute Positionen in Altcoins. Haltet eure Bitcoin, haltet euer Ethereum. Und dann, wenn wir bei viel, viel höheren Preisen sind, und ich werde euch gleich zeigen, wann ich denke, dass wir nah an einem Top für diesen Zyklus sind. Wird es 6 Monate dauern? Wird es 18 Monate dauern? Wird es vielleicht 5 Jahre dauern? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass wir in diesem speziellen Zyklus, in dem wir uns gerade befinden, ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd an der Spitze für Bitcoin und für Altcoins sind. Und in diesem Moment geht es also nur darum, das zu halten, was man gerade hat. Eine gute Position für Altcoins zu finden, die für 10, 20, 50, 100x zu halten. Und das ist dann der Punkt, wo man Profite nimmt von dem Chancen-Risiko-Verhältnis her. Könnten wir Drawdowns haben? Könnten wir Riesen-Drawdowns haben? Könnten es Katastrophen kommen, wo wir 50% abstürzen? Klar, kann passieren. Aber wie ich in meinem gestrigen Video gesagt habe, von einem Chancen-Risiko-Verhältnis her sieht alles richtig, richtig gut aus. Abgesehen davon habe ich ja sowieso noch meine Trading-Strategien, die diese Volatilität für mich ausnutzen. Die kaufen den Dip und nehmen dann bei lokalen Tops sowieso wieder Profite mit. Das ist die Art und Weise, wie die funktionieren. Ich habe die auf Bybit, ich habe die auf OKEx, ich habe die auf BitGate natürlich auch noch. Das bedeutet, die nutzen so oder so schon diese kurzfristige Volatilität für mich aus und traden diese kurzfristige Volatilität. Aber was den gesamten Zyklus angeht, ja, das ist meine Strategie. Einfach nur halten, was ich habe. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass der Markt relativ nah am Top dran ist, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen und dann werde ich auch Profite mitnehmen. Aber genauso wie ich gesagt habe, bei 16, bei 20.000 Dollar, dass ich richtig stark einsteigen werde, werde ich jetzt nicht stark aussteigen. Und ich werde euch ganz genau sagen, wann ich das machen werde. Deshalb abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Dann bei Ethereum und das ist eigentlich super interessant. Auf dem Weekly Chart. Wir haben uns dieses Wedge für Ethereum auf der Ethereum-zu-Bitcoin-Chart immer wieder angeschaut. Und hier sind wir erst einmal von dem Wedge nach unten ausgebrochen. Das hat bedeutet, Ethereum hat Bitcoin unterperformt. Dann hatten wir wieder einen Pump. Wir sind wieder bis zur alten Unterstützung, also dieser unteren Trendlinie nach oben gegangen. Sind da abgeprallt. Und wenn man sich jetzt mal diesen Chart hier anschaut, auf dem Daily Chart, auch auf der Bitcoin-zu-Ethereum-Chart, hier kann man sehen, dass wir momentan innerhalb dieses Pattern konsolidieren. Wir sind so oft schon an der oberen Trendlinie abgeprallt. Das ist lediglich eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, bis Ethereum da durchbricht und dann Bitcoin im Vergleich, also Bitcoin outperformt. Wenn das passiert, werden Altcoins absolut nach oben fliegen. Und wenn ihr euch mal den Altcoin-Index anschaut, komm, wir haben uns den früher 2021 so oft angeguckt, 2020. Ich will mir den mit euch nochmal anschauen. Wir sind hier momentan bei 50, was eigentlich gar nicht mal so hoch ist. Wenn wir mal rauszoomen und uns die Geschichte anschauen, kann man sehen, immer wenn wir diese richtig krassen Altcoin-Runs haben, da gehen wir locker mal bis auf 88, 89 Prozent beim Altcoin-Index. Das bedeutet, wir befinden uns momentan nicht ansatzweise bei diesen Punkten. Wir haben immer noch einen ganz schönen großen Raum zum Wachsen, bis wir richtig, richtig, richtig krasse Returns bei Altcoins sehen. Obwohl natürlich die Gains, die wir momentan schon haben, schon richtig, richtig gut sind. Verstehe ich mich nicht falsch. Ich denke allerdings, dass wir noch viel, viel größere Gains sehen werden. Wie ich bereits gesagt habe, die traditionellen Märkte sehen gut aus. Das Szenario, was ich gestern besprochen habe, ich bleibe dabei. Weil, wenn wir ein paar richtig große Pullbacks sehen sollten, dann ist es halt so. Aber von einem Chancen-Risiko-Verhältnis ist das meiner Meinung nach einfach die Gelegenheit, um lebensveränderndes Geld zu machen. Und ich werde auf jeden Fall diese Gelegenheit nutzen. Genauso wie 2017, genauso wie 2020, 2021. Jetzt, ich glaube, wir werden noch mehr Geld machen können, diesen Zyklus. Einfach nur dadurch, dass so viel Geld durch den ETF und all dem, was drumherum passiert, in den Markt fließen wird. Okay, jetzt kommen wir noch mal ganz schnell zu den Trading-Strategien. Auf OKEx, die Bots laufen immer noch richtig gut. Die akkumulieren mittlerweile wieder einige Positionen. Also bei dem letzten Pullback haben wir einige Positionen akkumuliert. Auf BitGat sind wir mittlerweile 56.000 Dollar im Gewinn. Die Bots sind leider voll gewesen, aber ich habe noch einen zweiten Account und hier haben sie die Slots weiter hochgesetzt. Auf 550. Ich hoffe, dass auch hier, dass wir irgendwann auf 750 gehen werden, aber bis jetzt ist es leider 550 und spätestens bei 750 ist vorbei. Da können sie das nicht mehr erhöhen. Das ist einfach eine technische Sache. Das bedeutet, die Spots laufen aus. Wenn ihr diese Trading-Strategie benutzen möchtet, dann solltet ihr euch am besten beeilen. Okay, jetzt würde ich sagen, wir besprechen noch mal die Bots. Wenn ihr euch mal anschaut, wann wir diese Bots gestartet haben. Wir gucken uns mal die letzten 90 Tage an. Wenn ihr in diese Bots einsteigt, werdet ihr immer wieder Pullbacks bekommen. Das ist ganz klar. Die einzige Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, glaubt ihr, dass wir ein Bounce für Bitcoin bekommen? Wenn ihr daran glaubt, dann ist das genau die Art und Weise, wie die Bots Profite machen. Das bedeutet, als ich gestartet habe, da war ich mehr oder weniger bei Break-Even, bin dann 1.000 Dollar im Verlust gewesen. Dann bin ich 800 Dollar im Verlust gewesen. Und dann haben wir einen Pump gehabt. Wir sind nach oben gegangen. Ich war bei 14.000 Dollar Profit, bin wieder zurück zu ungefähr 4.000 Dollar Profit gegangen. Dann haben wir den Bounce gehabt. Ich gehe wieder nach oben zu 30.000 Dollar Profit, wieder nach unten zu 23.000 Dollar Profit. Und dann geht es wieder nach oben zu 48.000 Dollar Profit. Wir gehen wieder nach unten zu 42.000 Dollar und jetzt sind wir mittlerweile bei 58.000 Dollar an Profiten. Das bedeutet natürlich, es wird immer wieder Pullbacks geben. Und wie lange machen wir das? Der Bot läuft gerade mal 37 Tage. Weil allerdings die Slots gefüllt gewesen sind, habe ich einen zweiten Account gemacht. Und der läuft gerade mal 10 Tage. Das Gleiche. Als ich die Bots gemacht habe, sind wir nach unten gegangen. Ich war erst bei 500 Dollar im Verlust. Dann bin ich nach oben gegangen. Ich war 4.000 Dollar in Profit. Wir sind wieder nach unten gegangen. So 700 Dollar Profit. Das bedeutet, ich habe quasi fast alles verloren, was ich gewonnen habe. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 10.000 Dollar an Profiten. Das sind einfach nur die letzten Bots, die wir gemacht haben auf OKEx, auf Bitgeld. Aber wir haben eine Challenge. Wir wollen eine Million Dollar erreichen. Eine Million Dollar. Ich bin mittlerweile bei rund 100.000 Dollar im Gewinn mit den ganzen Profiten, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Das bedeutet, ich kann hier nochmal 100.000 Dollar draufhauen. Das heißt, wir sind 259.000 Dollar im Profit. Und das ist natürlich zusätzlich zu den ganzen Bots, die wir vorher gemacht haben. Alles wurde auf diesem Kanal dokumentiert. Von Anfang an. Falls ihr irgendeinen dieser Trade sehen möchtet, wie wir da eingestiegen sind, die Analyse, die wir dazu gemacht haben. Ihr klickt einfach auf irgendeinen dieser Trades. Wirklich auf irgendeinen. Zack. Dann kommt ihr zu einer anderen Seite, wo man dann alles sehen kann. In manchen Fällen kann man sehen, dass das Ganze verschiedene Videos haben wird. Also Links zu verschiedenen Videos, wo ich nochmal ganz genau erkläre, wie ich einsteige, warum, wann ich aussteige. Hier zum Beispiel. Hier kann man das sehen. Da seht ihr direkt die Links zu den Videos, wann ich eingestiegen bin. Und ihr konntet das wirklich von Null bis zu dem Zeitpunkt mitverfolgen, wo wir gerade sind. Einfach nur ein kleines Update. Ich habe das jetzt leider nicht mehr geupdatet. Das ist zu anstrengend. Jetzt im Bullenmarkt muss ich meine ganze Zeit in andere Sachen stecken. Research für Altcoins. Und ja, leider keine Zeit. Aber wir können uns das ja mal kurz ausrechnen. Also wir haben hier 10.000. Dann fast 60.000. Und das sind ungefähr 30.000. Oder vielleicht sogar mehr als das. Das bedeutet, mit all diesen Sachen Hinterkopf. Und im Übrigen, bevor ich darüber spreche, was ich als nächstes für Bitcoin erwarte, als These für ein Pullback. Wenn ihr diese Trading Strategien selber benutzen möchtet, könnt ihr das als allererstes mal auf OKEx probieren. Ihr geht nach unten in die Videobeschreibung. Meldet euch mit meinem Link bei OKEx an. Da könnt ihr sogar noch einmal bis zu 60.000 Dollar Trading Boni bekommen. Ihr klickt auf Join Now. Und dann mit einem einzelnen Klick könnt ihr jeden einzelnen dieser Bots einstellen. Also ganz, ganz einfach. Falls ihr OKEx nicht benutzen könnt, meldet euch bei BitGuard an. Und da könnt ihr bis zu 8.400 Dollar an Trading Boni bekommen, wenn ihr euch mit meinem Link anmeldet. Und dann könnt ihr den ersten Link leider nicht benutzen. Der ist voll. Aber wir haben noch einige wenige Plätze beim zweiten Account frei. Das bedeutet, ihr klickt drauf. Dann kommt ihr zu dieser Page. Da könnt ihr auf Subscribe klicken. Kostet 10 Dollar. Und dann könnt ihr jeden einzelnen der Bots benutzen, den ihr benutzen möchtet. So viel auf jeden Fall schon mal zu den Trading Strategien, die ich natürlich auch weiterhin in der Zukunft benutzen werde, um diese Volatilität auszunutzen. Solange ich damit rechne, dass wir einen Bounce für Bitcoin haben. Solange ihr damit rechnet, dass es einen Bounce für Bitcoin geben wird, dass wir später höher sein werden mit dem Preis, als wir jetzt sind. Und so lange wird der Bot profitabel sein. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns mal über einige Fragen sprechen, die ich bekommen habe. Einige Leute haben mich gefragt, was ist einer der meisten Gründe, warum es zu einem Pullback kommt. Und nochmal, Pullbacks sind meiner Meinung nach zum Kaufen da. Zu diesem Zeitpunkt verkaufe ich keine Bitcoin, wenn überhaupt akkumuliere ich Bitcoin. Einer der Gründe, warum es kurzfristig zu einem Pullback für Bitcoin kommen könnte, was eine Kaufgelegenheit wird, für mich ändert sich nichts hier, egal was passiert. Kurzfristige Inhaber sind in der letzten Zeit ziemlich stark nach oben gegangen, aufgrund des Pumps für Bitcoin. Weil immer kurzfristige Inhaber von Bitcoin richtig stark im Plus sind, neigen sie dazu, dass sie Profite mitnehmen und dann sehen wir natürlich, dass Bitcoin etwas nach unten geht. Okay, okay, das ist schon mal eine Sache, die wir momentan sehen, dass die kurzfristigen Inhaber tatsächlich mittlerweile richtig anständige Gewinne gemacht haben. Ein weiterer Grund ist natürlich, wenn die Traditioner Märkte anfangen sollten, nach unten zu gehen. Allgemein sind die Märkte momentan super optimistisch, sind ziemlich bullish, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 senken wird. Wenn man sich anschaut, was der Markt glaubt, dann glaubt der Markt, dass wir bis Ende 2024 bereits vier Zinssenkungen, ne, sorry, sechs Zinssenkungen im Jahr 2024 haben werden. Die glauben, dass wir sechs Zinssenkungen im Jahr 2024 haben. Das heißt, wir werden die Zinssätze von 5,5 auf etwa 4% senken. Was also, wenn der Markt etwas zu zuversichtlich ist? Was ist mit dem Szenario, dass wir diese Zinssenkung nicht bekommen sollten? Wie wird sich das auf den Markt auswirken? Naja, das könnte definitiv ein Grund dafür sein, dass wir ein Pullback in der Zukunft bekommen. Das könnte dann irgendwann im Jahr 2024 der Fall sein. Wir werden das also definitiv weiter im Auge behalten. Ein weiterer Grund, warum es zu einem Pullback kommen könnte, ist auch diese ganzen Kryptowährungen, die FTX verkaufen, Celsius, die ganzen anderen Makrok-Unternehmen. Wir sehen bereits, dass enorme Mengen an Altcoins verkauft werden. Celsius hat gerade mal eben 7500 Ethereum deposited, wahrscheinlich um die zu verkaufen. FTX auch. Die dampen momentan Millionen, Abermillionen von Dollar im Wert von Solana, Ethereum, Bitcoin und auch andere Kryptowährungen, die sie gehalten haben. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass wir nach unten gehen. Aber wann auch immer sie mit dem Verkauf fertig sind, stellt euch mal die Pumps vor, wenn die verkündigen, ey, wir haben keine Kryptowährungen mehr, die wir verkaufen können. Das ist einfach nur ein Teil des Ganzen, den wir momentan haben. Und wenn es zu einem Drop kommt, denke ich immer noch, dass dieser Drop zum Kaufen gedacht ist und dass das für uns in der Zukunft ziemlich schön sein wird. Abgesehen davon gibt es natürlich übliche Sachen. Liquidierungseignisse, so wie hier, wo der Markt einfach sehr, sehr übermäßig gehebelt ist, dass die Wale das einfach als Gelegenheit nutzen, die ganzen Leute auszuhebeln. Jeder wird einfach liquidiert, der 100x Ebel drin hat und sehr, sehr spät eingestiegen ist, die long am Top gegangen sind. Die liquidieren die und dann ist der Markt wieder in einem gesünderen Zustand. Wir können wieder nach oben gehen. Das wird man immer wieder beobachten. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Es wird also immer wieder diese gesunden Pullbacks geben, aber im Allgemeinen glaube ich, dass diese rote Linie bis auf weiteres halten wird. Sollten wir noch nach unten kommen und die durchbrechen, müssen wir natürlich noch mal schauen. Aber mein Basisszenario ist momentan, dass diese rote Linie halten wird. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht nicht unbedingt, aber sagen wir mal in den nächsten paar Monaten bis ins nächste Jahr hinein, glaube ich, dass wir ein bullisches Momentum sehen werden. Es gibt allerdings noch eine große Sache, abgesehen von dem Grund, den ich gerade gesagt habe, in Bezug auf den Pullback. Am Tag der Genehmigung des ETFs oder der Rejection werden wir natürlich eine massive Volatilität sehen. Mich würde es nicht mal verwundern, wenn wir sehen würden, dass während der möglichen Genehmigung für Bitcoin, dass wir einen riesen Pump sehen, dass wir dann allerdings einen massiven Drop sehen werden. Die Leute, die nämlich in der Erwartung der Zulassung des ETFs Bitcoin gekauft haben, die fangen dann an zu verkaufen und es kommt zu einem massiven Pullback. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass die gesamte Sache mit den ETFs ist, dass das im Laufe der Zeit einen ständigen Kaufdruck hinzufügen wird. Das bedeutet, selbst wenn es am Tag der Genehmigung des ETFs zu einem Pullback kommt, dann wird das, meine Freunde, einer der größten Gelegenseiten sein, mehr Bitcoin zu kaufen und mehr zu akkumulieren. Und ich werde später noch mal über alle diese Sachen sprechen, wenn wir näher dran sind. Ich werde euch immer auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten. Deshalb abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.